Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu einem Jahresrückblick. Oh, Hoaxilla, der Jahresrückblick. Genau. Schon ist ein neues Format. Geboren. Ja, wir haben es nicht mehr geschafft, bis zum 31. Januar die zweite Dezember-Folge zu produzieren, zu recherchieren. Das ist ein bisschen das Problem. Wir haben gedacht, bevor wir eine halbgare Folge abliefern, nehmen wir uns noch ein paar Tage mehr Zeit. Das ist nämlich so ein schönes Thema, das wir uns dann noch ausgesucht haben. Ich werde jetzt natürlich nicht spoilern, was es ist, aber das ist wirklich ein Thema, bei dem es sich lohnt, das sehr genau aufzubereiten. Und da gibt es viele schöne Dinge zu erzählen. Und wenn man schon weiß, dass man das aus Zeitgründen nicht mehr so hinkriegt, wie man das eigentlich möchte, dann sollte man es vielleicht am besten verschieben. Aber wir haben gedacht, damit ihr nochmal was von uns hört in diesem Jahr, weil wir das ja versprochen haben, machen wir nochmal einen kurzen Jahresrückblick, eine Rückschau. Wollen zum einen erstmal ganz ausführlich Danke sagen. Danke für eure Unterstützung. Danke dafür, dass ihr uns einfach hört. Dass ihr uns mögt. Dass ihr uns auch im elften Jahr die Treue haltet. Und dass ihr mehr werdet. Das ist, glaube ich, das Größte überhaupt. Ja, es hat sich so eine wunderbare Community gebildet und ihr gebt uns so wundervolle Rückmeldungen. Ihr unterstützt uns auf so vielen Ebenen, in so vielen verschiedenen Formen. Ein dickes, fettes Danke an euch da draußen. Es ist einfach großartig und wir machen das einfach so gerne mit so viel Freude. Und das seid natürlich auch ihr da draußen, die dafür sorgt, dass wir das eben mit so viel Freude auch weitermachen. Wer die Ferngespräche als Sendung verfolgt, hat das vielleicht schon mitbekommen, aber das werden wahrscheinlich nicht alle im Podcast tun, ist dies auch im Grunde genommen eine der letzten Sendungen, die wir in Hamburg aufnehmen werden. Auch das muss man mal sagen, jetzt sind alle geschockt plötzlich, aber um es noch einmal zu sagen, wir werden Mitte Januar ins Voralpenland nach Bayern ziehen. Eine Entscheidung, die den einen oder anderen überrascht. Das ist bei uns jetzt schon auch ein paar Monate alt, aber es ist eine relativ frische Entscheidung. Ziemlich frische. Ja. Und kurz zusammengefasst, wir werden darüber nochmal ein ganz eigenes Format machen. Da werden wir die Kamera anschalten, dann kann man sich das bei YouTube anschauen. Wir werden aber die Tonspur davon auch hier nochmal als Podcast dann einspielen. Das wird dann so ein Behind the Hoax. Zum Behind the Hoax, das ist eine gute Idee, das da rein zu sortieren. Aber es ist einfach so, dass die Produktionsfirma der Animationsserie, Hoaxel, die Serie in München sitzt. Tommy Krapfeis wird in relativer Nähe zu uns dann auch wohnen und wir haben viele Ideen für neue Ideen, für neue Formate. Und allein die Formate, die wir jetzt schon gemeinsam machen, werden ein bisschen einfacher, wenn man einfach das vielleicht sogar in einem Studio gemeinsam aufnimmt. Also die Talksendungen, den Pärchenabend, all das, was wir da so machen auf Twitch. Und natürlich mit einem Medienprofi wie Tommy im Hintergrund lerne ich auch wieder weiterhin regelmäßig sehr viel zur Technik und Dingen hinzu. Und das kommt dann wiederum natürlich euch zugute. Also dieser Plan formte sich schon eigentlich über längere Zeit hinweg und war bei uns so ein bisschen im Hinterkopf. Aber dass das jetzt so schnell geht, das ist eigentlich auch Buch um Zufall geschuldet. Also manchmal ist das Leben halt einfach so, dass gewisse Dinge passen und der Zeitpunkt dann auf einmal da ist. Und wenn man dann nicht zuschlägt, dann verpasst man unter Umständen eine Chance und das wollten wir nicht. Deswegen diese Entscheidung. Genau so hast du sehr schön zusammengefasst. Und auf das Jahr 2021 zurückblicken, das war sicherlich das stärkste Jahr für Hookzilla. Das muss man sagen, ich habe relativ konservativ mal durchgerechnet, dass ungefähr 4,4 Millionen Episoden Hookzilla gedownloadet oder gestreamt worden sind. Und eine eigentlich unvorstellbare Zahl, das zeigt, dass wir nach wie vor HörerInnen haben, die das, was wir finden, gut finden. Wir bekommen von euch mit, dass der Themenmix, den wir immer wieder machen, sehr gut ankommt, dass die Interviewfolgen gemacht werden, dass die Spacefolgen gemacht werden. Und natürlich die klassischen Horror, Grusel, Hoax-Geschichten, die wir immer wieder haben werden. Das wird alles gleich bleiben. Wir können auch nochmal uns bei euch dafür bedanken, dass wir in diesem Jahr in der Lage waren, das Audio-Equipment rund zu erneuern. Wir haben ein neues Mischpult, wir haben neue Mikrofone, wir haben externe Festplatten zum Backup machen. Also all das, was man so natürlich braucht, wenn man seit so vielen Jahren was mit Medien macht, TM, ist halt wunderbar, dass wir mit eurer Unterstützung das tun können. Das, was ihr uns als Unterstützung zugutekommen lasst, fließt auch in ganz weiten Teilen wieder zurück in das Projekt, damit es einfach zukunftssicher ist. Auch das möchte ich nochmal erwähnen. Und wenn ich jetzt so zurückblicke auf dieses vergangene, also jetzt ja nun fast vergangene Jahr, dann denke ich zum einen, dass es wirklich turbulent gewesen ist, obwohl ja eigentlich in der Pandemie alle so ein bisschen alles zurückgefahren haben und manches ging halt auch einfach nicht. Zum Beispiel würde ich wahnsinnig gerne irgendwann wieder ein hörenden Treffen machen. Und trotzdem ist einfach so wahnsinnig viel passiert und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass wir viel enger an Menschen herangerückt sind oder mit Menschen zusammengerückt sind, die wir schon länger kennen. Also da hat man sich irgendwie trotzdem nochmal neu und enger zusammengefunden und es sind auch wahnsinnig viele neue tolle Menschen dazugekommen, die ich dieses Jahr kennenlernen durfte. Und deswegen, eigentlich ist das für mich so das Jahr, in dem ich tolle Leute kennenlernen durfte. Und ich denke da jetzt zum Beispiel an die ganze Community rund um die Ferngespräche. Und ich denke an die Con, aber auch nicht nur an die Menschen, die da gewesen sind und mit denen man sich wirklich direkt unterhalten konnte, sondern auch die Menschen, die sozusagen von draußen geguckt haben, aber trotzdem durch den Chat mit dabei waren und Feedback gegeben haben. Und wahnsinnig tolle Memes geschaffen haben und das ist einfach so ein wunderbares Gefühl, so eingebettet zu sein in so eine tolle Community. Das ist einfach großartig. Vielen, vielen Dank an euch. Und die vielen persönlichen E-Mails, Briefe, Karten, Nachrichten, auf die wir ganz wunderbare Briefe im Einzelnen eingehen können, weil die Zeit einfach nicht da ist. Das werden wir, wie gesagt, im Behind the Hoax nochmal alles demnächst thematisieren, wo eigentlich die ganze Zeit bleibt, was wir den ganzen Tag so machen eigentlich. Aber auch das wird alles gelesen. Wir haben hier einen Ordner, wo wir all das reinheften, wo wir das aufheben, wo wir es lesen. Und wo selbst ich, knöcherner Kerl, die ein oder andere Träne mal aus dem Euglein mir verdrücken musste, weil diese so belastende Zeit der letzten zweieinhalb oder zwei Jahre, sagen wir mal, sind noch nicht ganz zwei Jahre, der Pandemie, so viele persönliche Schicksale, schwere Geschichten, aber auch so viele schöne Geschichten, die ihr uns geschrieben habt. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Und das ist irgendwie auch nach wie vor der Grund, warum wir uns immer wieder motivieren, uns vor ein Mikro zu setzen und da reinzureden. Und wir werden nochmal, dann hören wir jetzt auch bald wieder auf mit diesem Gerede, im Behind the Hoax nochmal so ein bisschen einen Plan machen, was 2022, was 2023 so alles passieren soll. Neue Ideen, neue Formate. Und wir können auch nochmal sagen, dass wir natürlich sehr stolz sind, dass wir in diesem Jahr zwei Preise mit dem Ferngespräch gewonnen haben. Ich glaube der European Solidarity, nein European Civil Solidarity Award, so heißt er glaube ich, den haben wir gewonnen. Und wir haben den Kaiser Maximilianpreis des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck für außerordentliches europäisches Engagement. Genau, im Rahmen der Initiative Europa gegen Covid-19. Lass mich gerade sagen, ich habe schon wieder falsch gesagt, den haben wir nicht gewinnen dürfen, der wurde uns verliehen. Nein, der wurde uns verliehen, so. So, muss man es ja offiziell sagen, genau. Genau, das war auch für dich was Besonderes, ne? Das war für mich so ein emotionaler Moment, denn ich bin, manche werden es wissen, zur Hälfte Tirolerin, das heißt meine Familie väterlicherseits kommt aus Tirol und ist auch in Tirol. Und dann ausgerechnet vom Land Tirol und der Stadt Innsbruck, in Innsbruck, das ich so gut kenne und so sehr liebe, diesen Preis verliehen zu bekommen, das ist einfach ein wunderbarer Moment gewesen. Also ich war völlig von den Socken und ich muss auch nochmal an dieser Stelle sagen, während der Verleihung zur Europa-Hymne aufzustehen und dann diese Europa-Hymne zu hören, das war nochmal Gänsehaut obendrauf. Es war einfach großartig und vielen, vielen Dank nochmal für diese große Ehre, die uns da zuteil geworden ist und auch da wieder waren so viele wunderbare Menschen dabei, mit denen wir das alles zusammen machen dürfen. Ja, das war super. Genau und jetzt sage ich den anderen Preis auch nochmal einmal richtig, das ist nämlich der Preis, der Civil Solidarity Prize und der wird verdienen von der European Economic and Social Community. Die verleihen den, denen hat dann auch das Ferngespräch oder all die Aktivitäten Europa gegen Covid-19 gewonnen und auch da müssen wir nochmal sagen, die Zusammenarbeit mit den jungen europäischen Föderalisten, Europe Direct, all unseren Freunden in Österreich, das war was ganz Besonderes. Auch da wird es neue Dinge geben, wir waren sehr froh Vorträge halten zu können, die anderen meist natürlich nur online. Die Anti-Fake-News-Trainings. Die Anti-Fake-News-Trainings, die weitergehen werden, Antisemitismus-Verschwörungserzählung-Trainings, European Mythbusters, also europäische Mythen werden wir im nächsten Jahr mit Schülerinnen und Schülern in Österreich nochmal erarbeiten. Also da gibt es ganz viele weitere Pläne, wie es weitergehen wird. Und das ist sehr, sehr schön, dass wir mit einem Podcast Menschen erreichen können, was für Europa tun. Das ist einfach so viel mehr, weil wir erleben so viele Spaltungstendenzen überall. Und auch wir sind ja diejenigen, die immer wieder sagen, nee stimmt nicht und wie Bernd Harder bei der Ferngespräch-Con es dann formuliert hat, im Grunde genommen sind die wissenschaftlich kritischen Geister, die Skeptiker immer diejenigen, die Menschen etwas wegnehmen, etwas liebgewonnenes. Und wir haben es jetzt inzwischen geschafft, glaube ich, dass wir auch etwas geben können, nämlich eine Community, dass Menschen, die nicht an Schwurbelkram glauben wollen, zusammenfinden, dass sie sich auch Halt geben und diese Community, der Flauschhaufen auf Twitter, der sich jetzt gerade gegründet hat, das ist eine tolle Community. Und insofern sind wir ja, ja, gerührt, demütig und gleichzeitig dann auch wieder motiviert zu sagen, also wir haben lange heute auch nochmal gesprochen und haben belegt, also wir haben vorbereitet und haben gesagt, nehmen wir jetzt die Folge einfach auf. Und dann haben wir uns entschieden und haben gesagt, nein, das machen wir nicht, weil die Folge dann nicht die Qualität hätte, die sie hätte haben sollen. Deswegen nehmen wir uns noch ein paar Tage Zeit und dann kommt die Folge im Januar, im neuen Jahr und ihr werdet, glaube ich, auf diesem Kanal neben einer schreienden Katze, das wird es zukünftig dann eventuell auch noch geben oder auch nicht. Nochmal viele Informationen bekommen, was das jetzt bedeutet und natürlich, wenn wir ins Voralpenland ziehen, heißen wir dann nicht mehr der Skeptische Podcast aus Hamburg. Das wäre ja albern. Genau, sondern wir heißen ab dann demnächst nur noch Huxilla, der Skeptische Podcast. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, glaube ich, mit diesem Namenänderungsding kann man, glaube ich, ganz gut leben. Das reicht dann auch für die nächsten vier Umzüge. Richtig, egal wo wir sind. Ja, wir ziehen dann einfach irgendwie weiter alle paar Jahre und dann bleiben wir trotzdem der, der wir sind oder so. Das hätten wir schon mal viel eher machen sollen. Egal. Also insofern euch da draußen einen guten Jahreswechsel. Egal, ob ihr das jetzt heute an Silvester hört oder morgen kommt gut ins Jahr 2022. Uns allen gemeinsam wünsche ich eine Rückkehr zur Normalität möglichst schnell. Keine schlechten News mehr, was die Pandemie angeht. Vielen, vielen Dank für alle, die uns die Stange halten. Das sind sehr viele, die das tun. Und wir machen weiter. Wir werden nicht müde. Das wird auch 2022 ein Jahr mit Huxilla und ganz vielen Dingen geben und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als sonst. Wir schauen mal, was sich ergibt, aber nicht weniger. Und damit möchte ich zumindest schließen. Alexa, hast du noch ein Schlusswort? Nee. Aber vielleicht denkt einfach dran, wenn ihr mal wieder das Gefühl habt, dass die ganzen Schwurbler und Querflöten so laut sind und so viele sind. Das stimmt nicht. Das ist die Minderheit. Die Menschen, die vernünftig sind, die Menschen, die zusammenhalten, das sind mehr. Das ist die Mehrheit. Ja, das hast du schön gesagt. Und damit beschließen wir es. Wir hören uns nächstes Jahr. Und am Ende bleibt mir nur noch eins zu sagen. Immer schön skippisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcastseiten, die uns führen.